Herzlich willkommen zurück an... ... an... ... an... ... sah eigentlich geil aus. Genau. Das ist springen. Das muss ich mir wirklich angewöhnen. Dieses... ... zur Seite springen. Das ist wirklich nicht so intuitiv. Ah, hi. Schön, dass ihr da seid. Das geht ja super los. Wo kommt der denn jetzt her? They see me rollin. They hatin. Willkommen zum Fail-Marathon. Kann ich den Sack zerstören? Ich kann den Sack zerstören. Jawoll. Was war denn das für ein Sack? Ganz ehrlich, Leute. Welchen Sack kann man mit einem Fußtritt zerstören? Bin jetzt schon wieder total lost. Hallo? Ist der runtergefallen? Nope. Ne, er ist nicht runtergefallen. Schade. Oh Gott. Immer zu früh. Immer... Ne. 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 Ich lass das nicht auf mir sitzen. Nein, 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 nein. Locken oder parieren. Ja. Ganz genau. Sollte ich vielleicht auch mal machen. nochmal. Du sollst nochmal zuschlagen. Nein. Schild hoch. Schild hoch. Jetzt muss ich aufpassen, dass mich der nicht trifft. Es darf doch nicht wahr sein. He, he, boah. Ja, genau. Über mich drüber schießen darfst du gerne. Ach du lieber Gott. Drei auf einmal. Vier auf einmal. Okay, das wird lustig. Der wirft mit Bomben. Ist das dein Ernst? Ne, 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 ne. So nicht, mein Freund. Komm mal runter hier. Komm mal runter. Komm runter. Finde ich nicht in Ordnung. Oh Gott, ey, das darf doch alles... Alles klar. Was machst du denn? Ah, da kommt noch einer. Ja, ja, die sind kein Problem. Das ist ja kein Problem. Ja, komm. Ja, 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 ja. Ja, reg dich ab. So. Nein, keine Rolle. Bist du wahnsinnig? Warum die Rolle? Warum die Rolle? Ich versteh's nicht. Ich werde es nie verstehen. Können Sie sich mal beruhigen da oben? Ich muss von dieser Leertaste runter. Ich muss unbedingt von der Leertraste... Leertraste, genau. Von der Leertraste. Ne sehr, sehr drastische Leertraste. Ich sag's euch. Keine Rolle! Warum mach ich jetzt immer Rollen? Warum? Das ist doch kein Rollenspiel hier. Doch, es ist ein Rollenspiel. Ha! Das ist ein Rollenspiel. Deswegen mach ich Rollen. Wisst ihr Bescheid? Schild hoch. Oh mein Gott. Alle Seelen sind verloren. Wunderschön. Ich hatte... Ja, genau. So kann man's auch machen. Einfach runterfallen. Das sind mir die Liebsten. Ab sofort mach ich keine Fehler mehr. Konzentration. Der macht erstmal Geschnetzeltes hier. Soll er machen. Das ist sein Untergang. Auf Wiedersehen. Dark Souls First Run als Bettler und mit Tastatur. Hast du dich selbst so sehr? Äh, ich wusste nicht, dass das so dermaßen ein Handicap ist, als ich angefangen habe. Ich sehe, Erik kloppt die Leute blau, schickt sie schnell zurück zum Bau. Möge er lernen und nicht sterben, dann können sich die Gegner als Dummies bewerben. Mit der Keule gibt's von Erik ne Beule. Hoffentlich rennt er nicht in ne Säule. Ah, Black Orchid. Einfach nur Ehrenpoetin wieder. Schön, dass du reinschaust. Ich freu mich. Was war das denn? Ausgewichen wird nicht, mein Freund. Ausweichen ist definitiv nicht regelkonform. Ja, das kannst du gerne machen. Das ist kein Problem. Das ist ein Dreierangriff. Kenn ich schon. Ich hab alles schon gesehen. Schon gehört. Oh mein Gott. Ich singe Katja krasser Witze, Leute. Wer hätte gedacht, dass es so weit kommt? Auf jeden Fall sehr geil, aber ich bin sowas sowieso gewohnt. Roland hat gewonnen. Okay, Roland. Er heißt Roland. Gib mir mein Loot zurück. Du brauchst meine Hiebe nicht. Gib mir mein Loot zurück. Bevor ich auseinander brech. Je eher, je eher du stirbst, umso leichter, umso leichter ist's für Roland. Nein! Nein! Oh mein Gott, Alter! Oh mein Gott. Ich war so kurz davor. Kennt ihr das Gefühl, wenn man kurz davor ist und dann kommt nicht das, worauf man gewartet hat? Ist nicht geil. Wieso lebst du noch? Wieso lebst du denn noch? Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Einfach Käsetoast kurz in die Mikro. Geil. Oh nein. Nein, nein, nein. Das ist nicht schön. Das ist nicht gut. Pass auf deinen Käsetoast auf. Das ist ein sehr, sehr wertvolles Gut, würde ich mal sagen. Irgendwer hat... Also ich, ich furze hier nicht, ne? Das ist, das ist nicht ein Furz. Da bohrt irgendjemand in die Wand rein. Also in die Mikro, wolltest du sagen. Ach so. Ich hab gedacht, du hast deinen fertigen Käsetoast aus Versehen auf dein Mikro drauf geballert. Deswegen hab ich gesagt, du sollst aufpassen. Ach, die Mikrowelle. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Das klingt, als würde der gleich hier durchkommen, durch den Boden. Geh runter und hau ihm, hau ihm eine rein. Ja, einfach so klingeln. Klingeln. Völlig ohne Vorwarnung eine reinhauen. Wenn er fragt, warum, gleich noch eine. Oh, äh, warum, warum genau bin ich jetzt einfach hier reingerannt? Warum? Warum hab ich das gemacht? Bin ich dumm oder was? Yes, sir. Weil der Nachbar bohrt, deswegen. Er ist schuld. Genau deswegen. Der Nachbar ist schuld. Nee. Nee, so nicht. So. Nee. Nee, nee, nee. Nicht so. Jetzt so irgendwie. Das geht gar nicht. Genau. In enre Reihe aufstelle. In enre Reihe aufstelle. Und jetzt drauf. Och Gott, voll de Neve. Wie kann man dann dort de Neve treffen? Bist du dann vollkommen bescheuert? Wie kann man mit der Lebensenergie noch leben? Leben. Das ist 0,0000001, oder? Da liegt nämlich noch irgendwas rum. Abfall. Danke. Super, genau dafür bin ich jetzt. Achtung, vor dir leben. Danke. Wo ist das Leben? Ich suche es vergeblich. Ich halte es nicht aus. Ja, ich halte es nicht aus. Okay. Das Spiel spricht mir aus der Seele. Okay, da ist er. Jetzt bin ich mal gespannt. Nee. Ähm. Ich kann das auch, ne? Also, ich lerne ja eigentlich dazu. Zumindest im Kopf. Aber dann mache ich halt doch wieder irgendwelche Fehler. Da wie jetzt zum Beispiel. Ja, das war natürlich dumm. Das war einfach nur dumm. Lass mich durch. Lass mich durch. Lass mich durch. Wann ist man bei Dark Souls denn mal nicht am sterben? Das ist wahr. Ich habe gerade Bock einfach durchzurennen. Ich glaube, das mache ich jetzt auch. Das wird wahrscheinlich einfach nur schief gehen. Das geht gar nicht, oder? Man kann nicht einfach durchrennen. Okay, let's go. Einfach tschüss. Genau, genau. Ja, ich habe dann halt keine Ausdauer mehr. Okay, ich versuche es einfach mal. Ich muss die doch gar nicht alle besiegen, oder? Ja, den hier wahrscheinlich. Oder vielleicht den gar nicht. Vielleicht niemanden von denen. Mach, dass du vorbeikommst. Sehr schön. Ah. Ich muss die gar nicht besiegen. Ich muss die überhaupt nicht besiegen. Ja, let's go. Ha. So geht das, Leute. So. Und nicht anders. Sehr, sehr geil. A Million Ways to Die in a Game. Mhm. Genau, das ist der offizielle, der inoffizielle Titel. Nein. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Und ich habe noch alle Flakons. Die nützen mir aber auch nichts, ne? Ja, genau. Genau das. Erik kommt zum Boss. Erik muss sich konzentrieren. Ich fange mal wieder an zu bohren. Ja, geil. Jetzt juckt mein Kopf. Ach. Es ist immer irgendwas, ne? Es ist immer irgendwas. So. Also von oben runter ist kein Problem. Von oben runter ist ja super. Das funktioniert optimal. Mal. Dann kann ich auch noch einen. Nein. Nein. Ah ja. Unter ihm durch kann ich ja. Stimmt. Genau. Ja, ich hau einfach mal ab. Ich hau einfach mal ab. Let's go. Kann ich das nochmal machen? Kann ich das nochmal machen? Oder erwischt er mich dann? Ja. Ja. Oh, geil. Das hat funktioniert. Okay. Jetzt einfach nur abhauen. Einfach nur abhauen. Nicht treffen lassen. Nicht treffen lassen. Du musst da weg. Du musst da weg. Wieso komme ich denn nicht an dem vorbei? So. Run. Jetzt erwischt er mich. Shit, 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 shit. Rauf, rauf, rauf. Mach schneller, mach schneller, mach schneller. Nein. Nein, der erwischt mich. Mach mich schon ein bisschen. Nein. Ich habe ihn gleich. Ich habe ihn gleich. und werde trotzdem verrecken. Aber das ist geil. Ja. Nein. 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 Ja. Oh. 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 Ah. Hey. Oh. 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 Praise the sun. Oh, Leute. Gelobt sei die Sonne, Leute. Nein, nicht gelobt sei die Sonne. Gelobt sei der Käse. Praise the cheese, Leute. Da machen wir ein Meme draus, oder? Die bauen da unten irgendwas. Hört ihr das? Das Klopfen war nie, weil ich zu laut war. Ey. Was für eine Erleichterung. Okay, ich mach den Metaxa auf, Leute. Gibt's irgendeiner, der mit mir sauft? Allein saufen macht hässlich. Noch hässlicher. Klingt wie bei den Siedlern. Die Siedler sind unten eingezogen. Hier oben Dark Souls, unten die Siedler. Noch ein bisschen weiter unten Anno. Und Age of Empires im Erdgeschoss. Ich hab keine Ahnung. Extra für euch aufgehoben. Auf uns, ihr Lümmel. So, ihr Lümmel. So jung kommen wir nicht mehr zusammen. Egal. Ich geh nochmal zurück zum Bonfire. Alter, jetzt fängt der an zu bohren, ne? Hallo da. Ach, da warten sie alle auf mich. Was war das denn? Schild hoch. Schild hoch. Alter. Oh, there you are. Still keeping your Marbles all together. Ja, okay. Okay, okay. Jawoll. So langsam wird's, Leute. So langsam wird's. Roland hat das im Griff, Leute. Roland und Waldemar. Seine Waffe heißt jetzt einfach immer Waldemar, ne? Oh yeah, that bootay. Mmh, yes. Give me that fine, Roland bootay. Das heißt, wir müssen erstmal noch an den Typen vorbei. Er ist wieder runtergesprungen. Jawohl, er ist runtergesprungen. Nice. Genau so. Ich will einfach nur weg hier. Ja. Ich muss weg. Nein, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Einfach nur weg. Nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Sollen... Hallo, everybody. What the... Dragons! Aber ich, äh, ich muss da durch. Hehe. Sollen wir uns mit dem anlegen, Leute? Der praised einfach nur the sun. Ah, kann es sein, dass der ein Lieber ist? Ach, der ist ein Lieber. Gelobt sei die Sonne. Gelobt sei die Sonne. Und nochmal. Jawohl. Ja, wer bist du denn, mein, ähm, geiler Freund? Schön, dass du da bist. Praise the sun. Ah, hallo. You don't look hollow, far from it. I am Soler of Astora. I am a parent of the Lord of Sunlight. Ah, Soler. Now that I am undead, I have come to this great land, the birthplace of Lord Gwyn, to seek my very own son. You find that strange. Well, you should. No need to hide your reaction. I get that look all the time. Den Blick hier. Ah, ha, 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 ha. Die sind alle so gut drauf hier, ne? Alter, schaut euch diese Welt an, Leute. Ich liebe es. Ich liebe es einfach. Praise the sun, my friend. Ist dieser Drache lieb? Sag ihm, dass er schöne Augen hat. Du hast wunderschöne Augen. Du hast wunderschöne Schuppen. Ich habe noch nie so tolle Schuppen gesehen. Oh, ein Speer. Very nice. Hier. Ja, hier, genau, hier. Ach, der schießt auf mich. Ja, das geht ja gar nicht. Das geht ja gar nicht, also. Greifst du mich an? Ach komm schon Ich hab dir Komplimente gemacht Ich hab dir Komplimente gemacht Verdammter Ja er greift an Ich renne jetzt einfach durch Ich hab keinen Bock mehr Ach jetzt sind sie wieder alle da Ja wie assi ist das denn Holy crap Wo kommt der denn jetzt her Der hat mich den ganzen Weg über verfolgt Alter wie krass bist du denn drauf Ich war kurz davor Das Spiel abzubrechen Und dann hab ich diesen verdammten Taurus Dämon endlich gelegt Und jetzt ist es wieder Dieses verdammte Antriebsgefühl Man will jetzt einfach weitermachen Und das ist halt einfach so das perfide An Dark Souls Du musst erstmal Durch die Hölle gehen Und dann hast du dein Erstes Richtiges Erfolgserlebnis Und dann Ist alles wieder gut Ja komm mach mal was Okay dann mach halt ich was Ich komm an dem nicht vorbei oder Da hinten ist das Leuchtfeuer Alter wie asozial ist das denn Da hinten ist das Leuchtfeuer Und ich komm da nicht durch Okay da sind noch Mach mich schon ein bisschen geil Hi Alles klar da oben Äh der Drache will mich halt einfach Roll the cheese Leti Hallöchen Der Drache Wir sind die Bürgerwehr Wir waren Ruhe und Ordnung Wir sind die Bürgerwehr Wir waren Ruhe und Ordnung Jawoll Die Käsebürgerwehr Wart Ruhe und Ordnung Ey Komm mal her Komm mal hier rüber mein Freund Komm mal rüber Äh Fall doch runter Fall doch bitte runter Nein Der hatte was Der hatte Loot Und Loot tut gut Nein Hallo Ah Leuchtfeuer Ich komme Hallo mein liebes Leuchtfeuer Ah Nein Ich bin wieder am Anfang Ich bin so dumm Ich hab gedacht Das wäre ein neues Leuchtfeuer Alter Ich bin so ein Oberdepp Was war das denn Was war das für ein Move Nein Alter Schwede Man kann sich nicht auf die Verlöße So Das war's mit dir Du Mistfie Und der nächste Der nächste Speerheiner Ich freu mich So Komm Putt 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 Komm her Ja ich komme an dem sowieso nicht vorbei Ich komme an dem nicht vorbei Schade 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 Was war denn das Ey die schießen auf mich Die schießen einfach auf mich Das geht ja gar nicht So jetzt aufpassen Da ist nämlich gleich einer Da kommt gleich einer Ich weiß es ganz genau Ich hab's doch ganz genau Xie vorhin Hallo Motherfucker Oh 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 Kein Sinn Dass das der nächste Boss ist Also ich stell euch mal Meinen Herrn hier vor Das ist Roland Roland weil er gerne rollt Und sein Schwert heißt Oder seine Waffe Heißt prinzipiell Waldemar Waldemar Und sein Schild Heißt Friedolin So Roland geht jetzt mal hier rauf Wird wahrscheinlich gleich attackiert Attackieren 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 Kennt ihr doch den Clip von TV Total Attackieren 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 Alter ich bin auf dem Turm Ich bin hier auf einem richtig Fett Hello Hi Schön dass du da bist Oh mein Gott Oh mein Gott Ich hab noch kein neues Bonfire Scheiße Rückzug Zieh dich zurück Holy shit Äh nicht mehr anvisieren Einfach nur weg Einfach nur weg Und saufen Ganz 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 schnell saufen Und dann an ihm vorbei An ihm vorbei nach oben Das wäre jetzt so meine Strategie Holy shit Nein Weg da weg Weg da Du musst da weg Einfach nach oben Genau Renn Renn nach oben Und dann von oben auf hin runter Von oben auf hin runter High ground und so Ja Verdammt High ground Äh Okay Nein Es hat nicht geklappt Es hat nicht funktioniert Ich könnte kotzen Lalehlu Nerv dich der Boss Dann schlag schnell zu Gib ihm schnell und gib ihm hart Denn das ist die feine Art Kleiner als drei Ach du heiliger Dosendeckel Was ist denn das für ein Besteckkasten Alter ich kann es dir nicht sagen Kein Stress Ich bin vergiftet Ich bin vergiftet Das hört nicht mehr auf Alter ich bin hardcore vergiftet Ich sterbe Ja Gute Nacht Ich glaube der Kerl ist für das Praise the sun Meme Zuständig Okay Okay Der wiederholt jetzt nicht mehr das Was er gesagt hat Aber er ist anscheinend solitär Äh Nicht solitär Solär Was ist denn hier los Wie siehst du denn aus Was machst du hier haft Abschließen ści Stir Deir BA 紝 Ich